Und dass es ihm guttun würde. Was ich für mich aber entdeckt habe, ist, dass es etwas Überwältigendes war. Auf einmal merkte ich, ich, der ich ja niemand bin, ich bin im Grunde ein Opfer für 50 Jahre gewesen. Ich hatte die Macht zu vergeben. Niemand konnte mir diese Macht geben. Und keiner konnte mir das wegnehmen. Und immer, wenn ich mit Erwachsenen spreche, dann möchte ich, dass sie das wissen, dass jeder von uns hier diese Macht, diese Kraft besitzt. Niemand kann es euch geben und niemand kann es wegnehmen. Und Sie können davon Gebrauch machen, wie Sie wollen. Also habe ich diesen Brief geschrieben für den Doktor. Das hat ungefähr vier Monate gedauert. Ich habe einige Sätze verändert und einfach durch meinen Schmerz das Ganze nochmals durchgelegt. Ich habe niemandem davon erzählt. Aber ich war in Sorge, weil meine Rechtschreibung in Englisch sehr, sehr schlecht war. Und dass irgendjemand irgendwann diesen Brief lesen würde. Und ich würde mich sehr, sehr geniert. Und sie sagte mir, verspreche mir, dass du mindestens darüber nachdenkst. Und er sagte, okay. Und in diesem Moment ist mir klar geworden, dass ich auch die Kraft haben könnte, diesen Arzt von Auschwitz zu vergeben. Ich habe den Brief dann noch einmal neu formuliert und breiter geschrieben, dass ich allen vergebe, die mir je was angetan haben. Für mich bleibt das Wichtigste, dass es um diese Kraft geht, die jeder hat, zu vergeben. Ich würde hier etwas hinzufügen, bevor ich weitergehe. Das ist, ich fühle mich, dass es wichtig ist. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt und vielleicht mit ein paar Ideen kommen könnt. Was macht eine Person eine Wiktion? Ich möchte das sehr gut darüber nachdenken. Was macht aus einem Menschen ein Opfer? Ich weiß, dass es für ein Fakt ist, dass niemand voluntiert, um eine Wiktion zu sein. Ich weiß, dass es natürlich eine Tatsache ist, dass keiner freiwillig ein Opfer ist. Yet, in my opinion, a victim is a person whose power to use their own mind and their own body has been taken away. Für mich, ein Opfer ist jemand, deren Kraft, seinen Gedanken und seinen Körper zu beherrschen, gestohlen wurde. Und deswegen, wenn ich die Kraft der Vergebung entdecke, dann entdecke ich auch die Kraft, mein Leben neu zu gewinnen, in den Griff zu bekommen. Wir sind also nach Auschwitz gegangen, ich mit meinen Kindern, Dr. Münch mit seinen Kindern. Dr. Münch hat die Dokumentation der Gaskammer unterschrieben. Er wusste überhaupt nichts über meine Dokumente. Ich habe mein Dokument vorgelesen, unterschrieben und ihm eine Kopie ausgewandert. Er liebte es. Er hat es schön gefunden. I immediately felt that all the pain of 50 years was lifted from my shoulder. Und da merkte ich, wie den Schmerz von 50 Jahren mich verließ. Ich war nicht mehr ein Opfer von Auschwitz. Ich war nicht mehr gefangen von meiner Vergangenheit. Ich war frei. An dem Tag, wo ich den Nazis vergeben habe, habe ich auch meinen Eltern vergeben, die ich eigentlich mein ganzes Leben gehasst hatte. Als ich elf, zwölf, dreizehn, einundzwanzig war und sogar später. Wachsen, aufwachsen ist schwierig. Es gibt ein paar junge Leute hier, die wissen das. Ich sagte mir, wieso haben meine Eltern mich nicht gerettet von Auschwitz? Meine Eltern hätten mich davor bewahren sollen, als Waisenkind aufzuwachsen. Mein Leben wäre dann viel, viel schöner gewesen. Und ich war richtig. Das stimmt doch. Aber ich habe damals realisiert, dass meine Eltern es so gut gemacht haben, wie sie konnten. Ich habe ihnen also auch vergeben. Und ich habe mir selbst vergeben, für diesen Hass vergeben, für diesen Hass. Vergeben, in meiner Meinung nach, ist nichts mehr und nichts weniger. Vergeben, in meiner Meinung nach, ist nicht mehr und nicht weniger. Vergeben, in meiner Meinung nach, ist es ein Akt der Selbstheilung. Es geht darum, dass ich die Kraft über mich selbst wieder bekomme. Und es ist, damit kann ich wirklich wieder mein Leben in den Griff bekommen. Ich finde es unglaublich, dass ich nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020